Am letzten Sonntag, den 11. September, erinnerten sich viele Menschen an die Terroranschläge auf New York und Washington vor 15 Jahren. Dabei starben mehr als 3000 Menschen. Seitdem befinden wir uns in einer neuen Angst, der Angst vor dem Terror, der auch in Deutschland angekommen ist. Der letzte Sonntag war auch ein schöner, heißer Spätsommertag. Wir feierten in einer Gemeinde ein Sommerfest. Nach dem Gottesdienst aßen wir Mittag zusammen und verbrachten bei Kaffee und Kuchen den Nachmittag. Es war eine fröhliche, ausgelassene Stimmung. So steht beides nebeneinander. Tod, Trauer, geballtes Leben und Fröhlichkeit. Mich bewegt dieses Nebeneinander. Alles hat seine Zeit. Dieser Satz stammt aus der Bibel und ist der Beginn eines wunderbaren Gedichts. Alles hat seine Zeit. Ein jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Der Dichter reiht Gegensätze, gute und belastende Erfahrungen aneinander, um zu zeigen, dass wir vieles beeinflussen können, aber dass es auch vieles gibt, das sich unserem Einfluss entzieht. So stehen sich Geburt und Tod gegenüber. Einreißen und Bauen, Weinen und Lachen, Klagen und Tanzen, Suchen und Verlieren, Schweigen und Reden, Lieben und Hassen. Dass ich geboren wurde und dass ich irgendwann einmal sterben werde, kann ich nicht beeinflussen. Und auch nicht, dass irgendwo auf der Welt Menschen ihre Konflikte mit Mord und Terror austragen. Es kann mich aber berühren. Das klingt zunächst einmal ernüchternd, vielleicht sogar beunruhigend. Doch mich entlastet dieser Blick auf das Leben auch. Denn so sagt der biblische Dichter, Gott hat für alles seine Zeit bestimmt. Ich bin zu der Erkenntnis gekommen, das Beste, was der Mensch tun kann, ist, sich freuen und sein Leben zu genießen, solange er es hat. Diesen Ratschlag verdankt er alles der Güte Gottes. Und nehme ich meine Lebenszeit aus den gütigen Händen Gottes, dann entscheide ich, was ich mit meiner Zeit tue, wofür ich sie nutze. Ich entscheide, was mir wichtig ist. Für die Menschen und Dinge, die mir etwas bedeuten, dafür will ich mir Zeit nehmen. Darum kann für mich neben der Erinnerung an den Terror auch ein freudiges Gemeindefest stehen. Das ist ein Ratschlag, das ist ein Ratschlag, das ist ein Ratschlag.